Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe und ich begrüße Sie herzlichst zu unserem neuen Lehrvideo, die Bollinger Bände hier in unserem Frankfurter Büro. Die Bollinger Bände von, wie der Name schon verrät, John Bollinger vor etlichen Jahren entwickelt, kennen die meisten aus dem eigentlichen Werkzeugkasten für Trader und sind natürlich unter den Tradern sehr beliebt. Die meisten dürften die Bollinger Bände eher zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Bereichen kennen. Heute wollen wir aber auch eine andere Anwendung vorstellen, nämlich die Bollinger Bände als Trendfolgeindikator. Wir wollen auch sofort starten und schauen uns den Tagesschart des DAX an. Hier sehen wir erstmal den Tagesschart des Deutschen Leitindex ganz, ganz nackt. Wir können über die Funktion Indikatoren und Handelssysteme die beliebten Bollinger Bänder einfügen, darstellen, mit der Standardeinstellung 20 Handelstage und die zweifache Standardabweichung. Das belassen wir auch erstmal und schließen. Und wir sehen, dass wir die Bollinger Bänder sehr gut zur Darstellung von Übertreibungen hier auch darstellen und gebrauchen können. Beispielsweise am 31. Mai dieses Jahres war der DAX innerhalb einer Korrektur überverkauft. Das untere Bollinger Band wurde unterschritten und einen Tag darauf, am 1. Juni, am 3. Juni, konnte der DAX wieder in die Bollinger Bänder zurückkehren. Das wäre beispielsweise ein kurzfristiges Einstiegssignal gewesen. Und etliche, einige Tage, nämlich fast zwei Wochen darauf, hat der DAX oberhalb des oberen Bandes geschlossen, was also im Grunde eine überkaufte Situation darstellt. Das Gleiche hatten wir dann also auch nochmal Anfang Juli. In beiden Fällen kam es dann auch erwartungsgemäß zu einer Korrektur. Und das nutzen halt die Anleger sehr gerne, um entweder auf eine Erholung zu setzen, beziehungsweise wenn der Markt überkauft oder überverkauft ist, eine entsprechende Position zu schließen. Hier empfehle ich aber auch die Darstellung mit weiteren Indikatoren wie dem Relative Stärkeindex RSI oder auch und oder dem Slow Stochastic, um hier vielleicht auch noch bessere Signale zu bekommen. Das heißt also, die Bollinger Bänder, der RSI und der Stochastic sollten dann entweder überkauft oder überverkauft sein, damit wir hier eine höhere Trefferquote erreichen. Jetzt aber, und das dürfte eigentlich vielen schon bekannt sein, wollen wir die Bollinger Bänder jetzt hier mal darstellen als Trendfolgeindikator. Das geht, meine Damen und Herren, relativ einfach. Wir ändern, wir gehen nochmal in das Einstellungsfenster auf die Bollinger Bänder und sagen, okay, hier können wir die Periode frei wählen. Wir wollen jetzt erstmal einen kurzfristigen Indikator haben. Das heißt, 20 Handelstage bleibt bestehen, aber wir gehen auf eine Standardabweichung zurück. Bei einer zweifachen Standardeinstellung liegen laut John Bollinger 95% aller Kurse innerhalb dieser Bänder, 5% ober und unterhalb. Hier wollen wir aber jetzt mehrere Kurse ober und unterhalb der Bollinger Bänder haben. Das heißt also auch, wir bekommen mehrere Signale. Ich habe das jetzt auf eine Standardabweichung geändert. Hier sehen wir beispielsweise in der jüngsten Vergangenheit, zum Beispiel jetzt hier am 29. August schloss der DAX oberhalb des oberen Bandes bei 11.857 und seitdem hat sich der DAX doch sehr gut entwickelt. Oberhalb des oberen Bandes bedeutet ein neues Kaufsignal, unterhalb des unteren Bandes entsprechend ein Verkaufssignal. Beispielsweise hier am 13. Juni zu 12.166 Punkten ein Kaufsignal und hier dann am 18. Juli ein Verkaufssignal zu 12.245 circa. Also hier hätte der Trader schon mal einen schönen Gewinn gemacht. Wir können das natürlich auch die Periodenlänge natürlich variieren. Ich benutze zur Analyse, zur mittelfristigen Analyse des Marktes, die beliebte Einstellung 200 Handelstage und wir sehen, dass wir hier, da gehe ich jetzt mal ein Stückchen zurück in der Historie, dass wir hier zum Beispiel seit dem 24. April long sind im Markt, das heißt der DAX-Schloss hier oberhalb des oberen Bandes. Eine sehr gute Darstellung, die man natürlich auch testen kann, das kann ich jetzt mal gerne machen. Wir machen einen sogenannten Backtest. Ich sage ganz einfach, als Kaufsignal sollte der Kurs, also der DAX, oberhalb des oberen Bandes liegen. Das ist das Kaufkriterium. Das Verkaufskriterium sollte sein, die Position sollte geschlossen werden, wenn der DAX das untere Band unterkreuzt oder darunter schließt. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen in der Historie zurück und sagen ganz einfach mal, wie hat sich das, wie hat sich diese mittelfristige Strategie so in den letzten zehn Jahren bewährt. Und ich starte einfach mal das Programm und wir schauen ganz einfach mal, was als Ergebnis rauskommt. Und meine Damen und Herren, Sie sehen hier das Ergebnis des Backtest. Die Trefferquote in den letzten zehn Jahren betrug 80%. Das Gewinn, das Ratio, Gewinn zum Verlust 9,33. Mit anderen Worten, aus 10.000 Euro wurden rund 36.000 Euro. Also eine sehr profitable mittelfristige Handelsstrategie, die wir hier zur Verfügung haben. So, meine Damen und Herren, können wir die Bollinger Bänder nicht nur zur Identifizierung von Übertreibungen, das heißt also überkauft und überverkauft Bereichen verwenden, sondern auch als mittelfristiges Kaufsignal. Ja, meine Damen und Herren, das war ein kurzes und hoffentlich interessantes Video, Lehrvideo zu den Bollinger Bändern, die doch sehr beliebt sind und vor allen Dingen aber auch, egal auf welcher Zeitebene, ein sehr profitables Handelssystem darstellen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vor allen Dingen viel Erfolg beim Trading bei IG. Vielen Dank.